Ich setze gegen alles, was ich auf den Tisch habe. Ihr fährt. Ihr habt verloren. Das wäre ein Fehler. So, ich noch was im Rücken. Nein, ich sage dir, Emma, du bist zu leicht angezogen. So, steig ein. Das war's what I gave you. Das war's what I gave you. Das war's what I gave you. So, Claudio, und heute sind wir die E-Mail. 100 Euro. Danke. So, Claudio, das Münchner-Held. So, Claudio, das Münchner-Held. So, du bist die Tradition, das erwischenzündige Original seit über 25 Jahren. Ich bin, wie es umgangsend. Das heißt, wir brauchen die E-Mail. Und du bist etwa op-A-A-N-T, das Ziel ist, dass wir die E-Mail. Das ist auch so, dass wir die E-Mail. Das ist auch so, dass wir das behaupten. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Ich bin, das ist wie das nicht. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Ja. Schöne So, Papp, ich setze uns Kaffeesamen an, Kaffeebohne. Ist doch okay, ne? Können wir ja immer gebrauchen. Nachscherzi. Kafe deine Süße an deine Wünsche an und entdecke tausende Autos aus unserem eigenen Bestand. Jeden Tag kommen neue dazu. Finde jetzt dein Auto, dein Auto Hero. Wie wir in Zukunft leben werden, entscheidet sich heute. Denn jede Entscheidung für eine Wärmepumpe oder ein Hybridsystem ist auch eine für den Klimaschutz. Für die Zukunft wird wir im Planeten. Bienenstocht, soll das sein? Okay, sieht er wie ein Kackhaufen aus. Das ist eine gute Art, menschliche Kraft. Jetzt kommt die Rezepte von BB. Blut, endlich beschwerde Freizeit. Rückenstärken und Insekten. Und, freu sich frische Erfärbkuchen. Tina, jetzt noch ein Super-3er-Watt mit Bella und Tina gesund und fit. Komm schon! Was ist los? Was ist eine positive Energiekrise? Mach mich ja sagen, dass das anders ist. Komm nicht locker, das muss doch kein Problem sein. Der Ball-Wick ist ein ... So wie ich, was soll ich? Guck mal! Wo ist es hin? Ist doch egal. Hauptsache, wie schützt. Und sie wird floten. Na, läuft's jetzt besser? Wie ist jetzt los? Oh, ist das ... Superlässiger und diskrierter Schutz. Es geht um mehr als nur ein Rennen. Du gehst auf eine Reise. Entdeckst deine Leidenschaft. Erfährst, was dich antreibt. Und du findest deinen eigenen Weg. ... 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 Die Kunis. Am Oster Sonntag um 20.15 Uhr bei Kabel 3. Und danach Super 8. Der Druck steigt. Der Druck steigt. La Roi. Noten bei L.A. Morgen. Bei Kabel 1. Ja, schön. Ich lege noch an der Sprache. Genau, schön. Ich lege noch an der Sprache. Gehäuse mit heiser Hand. Geh heiser, was sucht du hier? Das ist Ordnung etwa 9. Ich erkläre, dass Sie hier verabreden. Die Anfrage lautet, auf bewaffneten Überfalle und unerwartetes Spielen, auf Körperverletzung und Geiselnahme von 74 Personen, für den Reichskrugel- und Ausbringenspruchs. Körperverletzung mit mehreren Fällen. Ja, das hatten wir schon weiter. So, ich für weiter. Und, so weiter. Jetzt sind wir beide wieder zusammen schon an der Erde. Hier ist er. Wieso ich? Wer soll ich? Du und ich. So. Sei ruhig, Schicht. So, mal schon mal rein. Komm mal her, komm mal her. Ich will erst mal an. Was ist da so besonders, Mann? Verrollen die und brechen die? Das ist völlig normal. Ja, das ist völlig normal. Was ist da so besonders, Mann? Wir sind wieder. 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 Okay. 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 So Liebchen, ich würde mich jetzt erstmal hier verabschieden für heute. Und seid auf das nächste Mal gespannt. Und vergiss nicht den Daumen hoch zu setzen oder zu teilen. Ja, warte dann einfach auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.